so also von mir aus ich wäre bereit halt ich muss sie wieder lassen stehen ich muss in der aufnahme das mikro immer näher holen das wärst du doch dann habe ich vergessen bitte server halt das aus ich dachte du hast einen tunnel da hingedraben nö nicht bis ganz dahin bis auf 1300 blöcke hin noch ran dann habe ich doch gesagt ich drehe um weil dort die ganze zeit lava kommt und Ahem. Hast du das Dungeon schon gecreate? Ja. Ich weiß nicht, ob ich euch noch irgendwas übrig lasse, wenn ich das Ding suche. Alter! Was denn? Ich hab keinen Bock, diesen Scheiß zu laufen. Echt nicht. Vor allem, der Multishot, du hast gleich mal zwei Pfeile abbekommen. Also doppelten Schaden muss das sogar hervorgerufen haben. Das da in das Jetpack pack ich erstmal weg. Noch einen, das fehlt noch. Wow. Die hab ich noch, die hab ich noch. Keine Sorge. Ähm... Ansonsten Bogen hab ich. Shuriken wird ja nicht genutzt. Ach ja, musst du noch weg tun. Ähm... Das wird dann gebraucht. Darf ich mal? Nein. Ich hab noch nicht getestet, wie viel Damage das macht. Ja, so viel wie meiner, wenn du Power 5 und Multishot drauf hast. Okay. Ich hab noch... Dieses Inside 3 halt drauf. Ähm... Da hab ich zwei drauf. Was ist das überhaupt? Weiß ich nicht. So, warte mal. Ähm... Falls ihr uns wollt fallen. Ein Eimer Wasser. Und vielleicht noch ein Stack Bauglöcke. So. Ansonsten... Chips und Fisch. Ein Gold Abel. Ich hab alles. Bounce. Das ist... Good. Das ist ja schon, Uncle. Natürlich. Oh ne. Nichts angucken. Oh ne. Nichts angucken. Bounce. Ich keine Ahnung. Oh ne... Oh ne... Du... Du... Arschloch. Jetzt hat er meine Blöcke kaputt gemacht, der Wichser. hast du flaschen dabei ja hab ich ich wollte welche mitnehmen habe ich komplett vergessen hat er irgendwo wie gerotzt noch nicht okay er will die ganze zeit auf mich rotzen na lassen doch so ich hab alles jetzt hier ist was wo ich bin stop stop wir brauchen noch ein bisschen was wir haben bis jetzt noch sieben flaschen und ich weiß nicht wie viel wir genau brauchen dann komm auf vorne und übrigens du hast endermans im arsch ja ja 13 flaschen ja das müsste reichen oder naja ich habe keine luste noch mal zu bauen z2 meinte wir brauchen von diesen dingern so viel ja dann müssen wir gucken dass wir das deck hier voll kriegen ich helfe gleich auch ich bin nur gerade etwas endermansiert ja ich auch hier unten ist wieder was wo ich bin 28 stück hier hinten ist wieder was ja dann lasst uns den stack flaschen noch voll machen ja ja sowieso nur in hin und her so dass der nächste schade zu weit weg hier ist was genau das letzte flaschen habe ich noch ja das geht recht schnell da auf dem boden heilt der sich eigentlich heilt ich nicht ich habe dann erst mal eine dinge gebaut wo man sich unterstellen kann ich habe keine mehr ich habe da unten was gebaut für mich dann halt achtung da kommt die letzte kugel hoffentlich ne 3 flaschen noch ja gut hier scheiße jetzt habe ich 3 weggeschmissen egal ich muss mich ganz kurz darunter stellen ich hoffe du hast irgendwas angesammelt der hat nämlich irgendwas gedroppt ähm ja ein epic shader back plus ok und ich habe keinen jetpack sound geil was hast du willst gemacht das eier eingesammelt also was ist das hier ender biotät nehmen wir auch noch ein bisschen was mit braucht man auch noch ich hätte diese komischen dinge eigentlich mit diese bienenteile abbauen wollen aber habe ich vergessen da gehst du nochmal hier rein ist doch nicht das problem da gehst du hier halt später nochmal rein ja kommt man eigentlich immer erst hier hin oder geht man dann später automatisch ins erweiterte du gehst immer erst hier her du gehst immer erst hier her du gehst immer erst hier her du gehst immerstoß dann tack Jetpack dahin Das da, das da Die Flaschen da, das da Das erste Mal Da rein, das da rein Das stimmt Es gibt ja ein Backpack Hab ich schon wieder vergessen Obwohl, ehrlich gesagt, ich müsste mal so schauen Endstone kriegen wir Durch ein Voidorminer, bald Ja und Wir haben Hammer, meine Güte Lass doch nicht das Problem sein Ähm So nebenbei, das Enderbiotid Brauchst du So ziemlich nirgendswo Also ich hab schon Ein paar Rezepte gesehen, wo man das benötigt Enderbiotid kannst du nur für Wettersensor Hörst du mich noch? Ja hoffentlich Für den Wettersensor Für einen Block Und für den Redstone Randomizer Verwenden Ähm, und diesen Block Kannst du wiederum als Baublock Verwenden, das wars Egal Trotzdem mitnehmen Und wegen Endstone Ähm Ich hab ein paar Stacks im Gepäck Ebenso Wolltest du, dass er weiter gespawnt Dahinten Ich hab dich nicht mehr angeguckt Du Wichser Was soll denn das? Arschloch Arschloch Guck mal Guck doch Ich könnte zu E2 jetzt ein Screenshot schicken Und der würde fragen Warum hab ich bitte 143 Level von dem Ender 300 So Ich bekomme So Ähm Ich mach das lieber so, sicher, sicher. So Chorusfrüchte, ein bisschen was. Reicht eigentlich, wenn ich da ein paar Blumen mitnehme. Was, warum, guckt bei den ganzen Inseln Obsidian unten raus, Leute, das sieht ja so pervers eklig aus. Ich kenn mich, ich hab mir erst mal ein Portal gesetzt, ich weiß, das endet nicht gut sonst. Ein Portal und jetzt ein Waypoint. Ja, am Portal. So was zur Futter noch in die Hand nehmen hier. Perfekt. Ich hab alles was ich wollte. Ring dahin. So, ich hab die erste Schalke festung. Ebenso. Ich brauch diese Ender Ons in Masse. Oh, da gibt's guten Loots. Ist das geil? Uns juckt ja mal Limitation so gar nicht mit dem Jetpack. Ähm. Hä? Wo ist denn das letzte Teil? Ach, hier draußen. Guckt mal einer an. Ach cool, hier gibt's sogar Ender Drohnen. Und Tanks'n Steel ist hier drin. Seed Festron. Oh, ey. Eine bessere Chestblade. Iridium Ingrid. Elytra. Ich feier den Loot. Elytra wird noch für ein Rezept benötigt. Die braucht man für ein Rezept. Ja, und davon nicht nur eine. Für ein Questrezept oder für ein freiwilliges? Questrezept. Ja, toll. Ich hab bisher eine. Was ist bei dir denn auch so, Elytra? Äh, nö. Das ist nur eine kleine Festung hier. Ohne Schiff. Das, das einsammeln. Das, 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 das. Was? Hier unten müsste doch noch eine gewesen sein. Hä? Keine Schalker Box mehr? Tutzache. Schweinerweil. Ich hab schon drei von diesen Scharen. Hier unten. Ah, ich sechs. Ich hab ja Looting auf meinem Schwert. Ich kill die, ja, ich hab auch Looting. Ich kill die nur mit dem Boden gerade. Nee, das mach ich nicht. Auch wenn sie One-Hit sind. Ja, ich hab nicht nachgedacht. Der Nachteil ist, sie teleportieren sich in irgendeinen anderen Fickort. Ach, das mit dem Scheiß Sound vom Jetpack ist wieder nervig. Sieht halt aus, als ob ich schon Crea rumfliege. Ach, du hast den Sound-Bug? Hm. Aber ich hab grad schon F5 angemacht, damit man das sieht. Die Partikel vom Jetpack. Und unten sieht man ja auch alles. Herz, Hummer, Keulen, bla bla. Reconnector einfach schnell. Nee, mach ich jetzt nicht. Okay. Hallo Schiff. So, ich hab mein erstes Schiff und einen Drachenkopf. Das gibt's an jedem Schiff. So. Und einen Braustand ernsthaft. Healing Potion. Und ein paar Bienchen. Ich würde dich bitten, wenn du sie mitnimmst. Oh, ne, ich hab jetzt alle zurückgelassen. Weil ich nicht so viel Platz hab. Ja, ja, ja. Danke. Spielst du mit mir Verstecken, du Scheißvieh? Was hast du jetzt davon? Jetzt bist du tot. So, dann auf. Oh, die Banner. Hm, die nehm ich immer mit. Die Wader sich denn jetzt versteckt. Der kleine Penner. Für den... Egal. So. Wie viel von den Enderlots brauchst du? Ich hab bisher nur ein Rezept mit vielleicht drei, vier. Also nicht so viel. Ich hab jetzt gut einen Stack ungefähr. Tja, das reicht locker. Ich flieg jetzt grad noch mal einen riesen Bogen zurück. Um vielleicht noch eine Festung zu finden. Und dann geh ich auch wieder raus. Ich hab ja nur ein paar andere Sachen, die ich machen will. Hm. Wie viel Prozent hat dein Jetpack noch? Äh, irgendwas mit 17 Millionen. Ja. Ja, das war's. Man sagt ein bisschen weniger. Darum achte ich doch gar nicht drauf. Komm, öffne dich. Oh! Das seh ich ja jetzt erst. Hm. Was hast du jetzt? Keine Ahnung. Ich bin grade durch das komplette Ding immer geflogen, weil ich nur noch ein halbes Herz hatte. Ach so, du bist 50 Blöcke hochgeschwebt. Wegen dem... Ach so. Ja gut, das hab ich aber mit dem Jetpack gemacht. Na gut, ich hab nichts weiter gefunden. Gut, das war's dann wohl. Ich muss halt jetzt wirklich mal gucken, wie viel ich hab. 28. Ja gut, 57 Rods hab ich. Wunderschöner Minecraft-Abspann. Nur hunderte tausende Male schon gesehen. Also überspringen. Ja, ich überspringen den auch jedes Mal. Ich hab den glaub ich noch nie zu Ende angeschaut. Äh doch, wo ich das aller erste Mal Minecraft gespielt hab, hab ich ihn mir wirklich bis zum Ende angeguckt. Weil ich dachte, passiert vielleicht noch irgendwas oder nix. Für und Popöchen war die dann. Äh, da ist nix drinne. Da oben Hammer gelootet. Dann... So, end. So. Waypoint gesetzt. Ja gut, ich flieg hier noch ein bisschen rum und loote das mach ich aber alles offscreen. So. 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 So.